Das Video aller Video, Freunde. Ihr wisst ja, ich kann ein paar Stimmen, aber welche ist die Beste? Das müsst ihr jetzt entscheiden. Dieter Bohlen, Patrick, Mickey Mouse und Antoine, hab ich gedacht. Let's go. Das ist alles toll. Mein Name ist Antoine. Nee, Dieter ist natürlich auch hammergeil. Nein, Mickey Mouse ist geil, Freunde. Nein, Patrick ist geil. Ende.